Wir proben für die Weltmeisterschaftsqualifikation und die Schweiz für die Endrunde. Bei der Schweiz gibt es ja im Moment so etwas wie den 78er-Effekt der Österreicher. Im Jahr 1994 ist das eingetreten. Eine Mannschaft, die fast aus lauter Spielern bestand, die im Ausland erfolgreich waren, hat ja die Schweiz hervorragend vertreten bei der Endrunde der Europameisterschaft. Hier die prominenten Tribüne auf der österreichische Bundeskanzler mit Gartien lässt sich nicht entgehen, hier bei diesem Spiel dabei zu sein. Und viel Prominenz und vor allem viele Beobachter von ausländischen Klubs heute auf der Pressetribüne. Warum so viele Beobachter? Wegen eines Freundschaftsspieles Österreich-Schweiz. Nein, nein, deshalb nicht. Aber, weil das Bosman-Urteil die Grenzen geöffnet hat und weil einfach im Sommer die Spieler, die Vereine innerhalb der EU-Länder wechseln können. Und da sind Schweizer und Österreicher natürlich sehr, sehr interessant. Einer davon, der besonders im Blickfeld steht, ist ja der Neo-Österreicher Ivica Vastic, um den sich einige Vereine interessiert. Ein neuer Name auch in der internationalen Schiedsrichterliste, sein erster Linien und die Linienrichter weiteren Sohn Mathis. Er hat bisher Nachwuchsländerspiele geleitet, aber sein erstes großes Länderspiel heute im Ernst-Happel-Stadion. Teamkampideen Toni Polster in seinem 74. Länderspiel. Naja, in dem 74. Länderspiel, damit ist er immerhin schon an der sechsten Stelle der ewigen Rangliste, die ja von dem unvergessenen Gerhard Hanabi angeführt wird, der als österreichischer Rekord-Nationalspieler es auf 93 Teamberufungen gebracht hat. Ein kalter Abend, aber hoffentlich wird uns das neu formierte österreichische Team ein bisschen Wärme hier ins Ernst-Happel-Stadion und zu Ihnen nach Hause bringen. Wie gesagt, sehen wir es ganz gelassen heute. Fragen wir nicht, warum spielt Herzog nicht, wer fehlt. Das ist alles sekundär. Wichtig ist, dass wir heute von dieser Mannschaft, die Herbert Prohasker für heute aufgeboten hat und die eine interessante Mischung ist, ein schönes, ein gutes Spiel erleben werden. Die Witzer Vastitsch, einer der Dependenten. Hier haben wir die Schweizer Spieler, die auch mit Jean Aré einen neuen Mann heute aufbieten. Jean Aré von Xanmax, Neuschadell. Jetzt die Hymnen. 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 Amen. Ich glaube persönlich, es ist schon ein sehr guter Gedanke, diese Toto-Länderspiele mehr oder weniger auch auszuverschenken, damit man bei Freundschaftsspielen eine entsprechende Kulisse hat, denn sie haben die Stimmung mitbekommen. So macht Fußball Spaß, wir haben wirklich eine respektable Kulisse von gut 20.000 Zuschauern heute hier im Ernst-Happel-Stadion und damit bekommt natürlich dieses freundschaftliche Länderspiel Österreich gegen Schweiz doch einen ganz besonderen Anreiz und besonderen Wert, denn man weiß, dass Freundschaftsspiele ja im internationalen Fußball heute ihre Bedeutung längst verloren haben, denn es gibt so viele Bewerbsspiele, dass einfach Spiele, in denen es um nichts, unter Anführungszeichen, mehr geht, eben den großen Reiz von einst verloren haben. Die Österreicher werden ja in diesem Frühjahr noch gegen Ungarn und die Tschechische Republik spielen und die Schweiz übrigens auch gegen die Tschechische Republik und gegen Wales. Herbert Trohaska und Erich Obermeier. Herbert Trohaska heute kleines Jubiläum, 25. Länderspiel und damit ist er immerhin in der ewigen Rangliste der Teamtrainer schon ganz schön aufgerückt und er könnte sogar in die Nähe eines Tages des Rekordes von Leopold Stassny kommen, wenn er es schafft Österreich zur Weltmeisterschafts-Endrunde 1998 zu bringen und das ist ein ganz bekannter Mann auf der Bank der Schweiz. Arthur Schorche, selbst ein hervorragender Fußballer, aber noch erfolgreicher als Trainer hier in diesem Stadion. Da ist die Wiederholung und der Ball springt auf und Baskolo Waba auf der richtigen Seite. Gut gemacht, hat sich ein Herz genommen und ist ja auch bekannt für diese Schüsse, hat einige Tore in der Meisterschaft aus dieser Entfernung bereits erzielt. Ball wurde noch berührt und... Stumpf und Eckball. Überläuft hier Quentin, hat auch noch Kraft zu einem guten scharfen Schuss und Baskolo. Schön gemacht wieder von Markus Schopp, spielt Stumpf richtig frei. Und Baskolo mit guter Abwehr. Stumpf und auch Pfeffer vorne, Kopfball stark. Marasek, Marasek, war gute Minuten hier im Ernst-Happel-Stadion. Baskolo, den Abpraller Marasek, Aufsitzer und wieder Baskolo. Er hat am meisten bisher zu tun, der Tormann der Schweiz. Und er spricht für den Offensivdruck der Österreicher. Schiedsrichter rechts gehabt hat. Hier kommt die Flanke. Hat man schon gesehen, solche Elfmeter. Da war die Hand, glaube ich, schon ein bisschen dabei. Schauen wir es aus der Perspektive. Ja, hundertprozentig sieht man es nicht, aber leicht gestoßen in jedem Fall. Da haben die Schweizer Glück gehabt. Kammernel. Sechs Tore im Schweizer Nationalteam erzielt. Einer von zwei Schweizern, die in Frankreich ihr Geld verdienen. Zweite ist Grassi. Nächste Möglichkeit. Reifenberger. Und der Linienrichter hatte die Fahne oben. Gesehen von abseit konnte hier wirklich keine Rede sein. Und ein Foul eines Österreichers habe ich eigentlich auch nicht gesehen, aber... ...gemein als wenig zufriedenstellend bewertet. Das Beste an diesem Länderspiel war wohl das Ergebnis. Auf einen Sieg gegen die Schweiz hatten die Österreicher 18 Jahre lang warten müssen. Die Österreicher haben Glück, dass sie keine auf die Nase bekommen. Die Schweiz ist klar besser, aber ein Geschenk von Hamburg-Legonär Enchon nützt Pfeifenberger und der eingewechselte Urgriß erbt in der 73. Minute. Na gut, eines ist einmal klar, wenn man also gewinnt, muss man also natürlich auch zufrieden sein, das heißt mit dem Resultat. Man hat gesehen, speziell zweite Halbzeit, dass wir wirklich Probleme hatten im Spielaufbau. Und das heißt, die Mannschaft hat aber so weit Charakter gezeigt, dass sie gefeiert hat und gekämpft hat. Hauptproblem, Hektik statt Kontrolle beim Spiel aus der Abwehr. Die Schweizer werden dafür bestraft, dass sie ihre Chancen nicht nützen. Andererseits wird stumpf im Strafraum gestoßen, die Attacke bleibt ungeahndet. Das wird leider nicht gepfiffen, ich weiß auch nicht warum, aber das ist genauso ein Foul, wie wenn einer über die Schienbeiner tritt. Bilanz der Debütanten, Libro Cataglia und Spielmacher Vastic beide zufriedenstellen, der eingewechselte Haas erzeugt Gefahr. Aber Prohaskas Truppe wird gewaltig zulegen müssen, um sich in der WM-Qualifikation nicht zu verkühlen. Aus der Spieler Peter Packholt wird zu 1860 München zurückkehren. Dort soll der 36-Jährige ab Sommer Co-Trainer von Werner Lorand werden. Auch Deutschland konnte beim 2-0-Sieg über Dänemark nicht überzeugen. Für beide Tore sorgte der ehemalige Salzburg-Legionär Oliver Bierhoff, der um einen Platz im EM-Team kämpft. Beim zweiten Länderspieleinsatz zeigt der Ex-Salzburger seine hochgeschätzten Torjäger-Qualitäten. Siege mit perfekter Vorarbeit und Oliver Bierhoff hat im rechten Moment Platz für den rechten Fuß. Beim zweiten Tor gibt es dann allerdings kräftige Unterstützung von Dänemarks Tormann. Hesslers Flanke köpfelt Bierhoff in die Arme von Schmeichl, der aber hält an diesem Abend wohl nichts von fangen.